Alfons Bürge ist ein Schweizer Rechtswissenschaftler. Leben Alfons Bürge studierte nach seiner Schulzeit in Winterthur von 1966 bis 1972 klassische Philologie an der Universität Zürich und promovierte 1972 bei Heinz Hafter. Seine Beschäftigung mit Cicero's Verhältnis zur Jurisprudenz animierte ihn während der anschließenden Assistententätigkeit am klassisch-philologischen Seminar zum Studium der Rechtswissenschaft. Nach weiteren Studien an der Universität Salzburg bei Max Gaser promovierte er 1979 bei Hans-Peter in Zürich mit einer Arbeit zum römischen Retentionsrecht und kehrte dann als Assistent zu Heinrich Honseln nach Salzburg zurück. 1980-1981 war er als Gerichtssekretär in Zürich tätig und wurde dort 1982 als Rechtsanwalt zugelassen. Als Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds war er von 1982 bis 1985 in Paris und am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Um das Zusammenspiel von Rechtsdogmatik und Wirtschaftsgeschehen für die heutige Zeit und auch in der historischen Perspektive hier mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung des französischen Privatrechts im 19. Jahrhundert zu erforschen. Es folgte 1985 die Tätigkeit als Assistent und akademischen Oberrat am Leopold-Wenger-Institut und in deren Verlauf 1987 die Habilitation für römisches Recht, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit und bürgerliches Recht in Salzburg bei Theo Meier-Malli. Nach Lehraufträgen in Zürich, Tübingen und Salzburg sowie Lehrstuhlvertretungen in München und in Frankfurt am Main war Bürger von 1993 bis 1999 Professor für römisches Recht und Zivilrecht an der Universität des Saarlandes 1994 lehnte er einen Ruf nach Salzburg ab. Seit 1999 ist er Professor für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht am Leopold-Wenger-Institut in München. Er war vom Wintersemester 2009 2010 bis zum Sommersemester 2011 Dekan der Juristischen Fakultät. Unterdessen ist er entpflichtet. Seit 2004 ist Bürger ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 2011 wurde er mit einem Ehrendoktorat der Universität Wien ausgezeichnet. Schriften Die Juristenkomik in Cicero's Rede pro Morena Übersetzung und Kommentar Jurist Zürich 1974 Retentio im römischen Sachen- und Obligationenrecht Schuldtest Zürich 1979 Rechtsdogmatik und Wirtschaft Das richterliche Moderationsrecht beim sittenwidrigen Rechtsgeschäft im Rechtsvergleich Bundesrepublik Deutschland, Schweiz-Österreich, Frankreich Dunker und Humblott Berlin 1987 Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert Zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus Klostermann, Frankfurt am Main 1991 Römisches Privatrecht Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung Eine Einführung Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999 Römisches Privatrecht